Und wann musst du arbeiten wieder? Morgen um 14 Uhr Dann musst du zusehen gleich Nö Oder? Ich bin langschläfer, das ist ein Problem Ich heil dich auch Das Problem ist Es liegt nicht an meiner Größe oder sowas Es liegt einfach nur an meinem Arm am Kopf Du weißt wann ich schlafe Meistens sagen, du bist groß Du brauchst wann ich schlafe Nur weil ich 2 Meter 1 groß bin Dann heißt es nicht, dass ich 20 Stunden schlafe Alter, bist du 3 Meter 1 Alter, ich bin 2 1 2 Ja, aber die Giesner sind hier schon Täger Woher, woher kommt man Die Schleuzer auf einmal Ich mach doch gar keinen Fun Alle 4 Leute landen auf einem Fleck Alter, das ist nicht mehr normal Ich denke auch sogar die Bouts kill mich in deiner Loche Was geht dir ab, Alter Alter, das ist ja ganz andere Niveau Ich glaube, ich weiß gleich wie wir spielen Wie? Wir spielen du und du und du, aber auf deinem Server Ok Ich weiß gleich wie wir spielen Wie? Wir spielen du und du, aber auf deinem Server Wir können aber auch Squats spielen Nur nicht aufgefüllt Wahrscheinlich dann So wie es dann aussieht Hm Oh, da rebootet mich jemand Geil Jawohl Die haben die Münze schon geholt Ja, schon heftig, ne? LOL Der Bot hat mich fast gekillt, Alter Ach, du warst beim Bot, oder? Ja, kurz gucken Kurz vorgucken Wissen Träger Und selbst der Bot ist ja schon krank Ja, von dem, von dem Bot, von dem Bot ich geholt Von seinen 4 Leuten, tut mir leid So Willst du jetzt Rache nehmen? Ja, wenn ich mal eine Waffe finde, dann ja Hier ist eine blaue Hast du einen Sniper eventuell? Nein Nein, gell? Hier noch ein Biggie Nein, nicht Biggie, ein Mini Aber kannst du zum Tomat Tomat Der nimmt den Mini So Alter, was geht hier ab? Nur gelbe Kreise Hilfe Hilfe, Mama Ich bin doch kein Gegner für euch Lass mich in Ruhe Ich glaube auch für deine Lobby bin ich wie so ein Bot, Alter Der Rommel Weil ich versuche mein Bestes Vielleicht kill ich ja doch noch ein Wo ist eine Blaue? Ufff Willst du lieber eine Pum kommen? Ah, bin ich dabei Das ist geil Das ist geil Das ist geil Kollege markiert schon Du kannst die Lina in Pump wieder haben Du kannst die Lina in Pump wieder haben Wieso? Hast du das Bessere gefunden? Ich habe grüne Einschusspump gefunden So Damn Ich habe eine Stelle, behol sie dir Pass auf, es sind zwei Münzen Also es sind mehrere Gegner Mhm Jau, Digga Das ist doch voll überbringend Digga Was hast du für Lobby, Alter Bist du Rang 100.000 oder was? Oder Konto Level Digga Gar keine Chance Ffff Dervalast habe ich einen bisschen verletzt Oh, oh Fllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmlllllllllllllllllllllllllll oh die kommen die kommen scheiße ich sammel direkt die munis ein du kleiner bastard ich wollte die sniper haben alle voll am geiern alles gut hier ist der sniper bei mir kommt das so vor wenn ich nicht ich bin noch ein bisschen langsamer bei mir bin ich ganz schnell hier werde ich irgendwie eingeschränkt eingeschränkt wenn du kannst komm mal zu mir hier unten Tresor da wo die waren ja die waren ich verstehe genau mit dir das ist deutsch ja in germany in germany we are from germany okay 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 banana das ist perfekt der sniper wunderbar geil gut so wie das ist das ist das ist das ist das sind schüsse hey bro my my english guy i think here hello yes green here english people's i take his yeah i have a gift for you find him here's more the card is already i have the card i have gold sniper wie er weiß nicht damit umzugehen soll ich dir mal einen Trick zeigen, womit du schneller nach vorne kommst? ne, runtschneiden achso, das hast du schon jetzt mal guck mal her, du machst einfach so ja, drauf rein hey, der Kollege markiert hier was ah, ne, eh markiert da hinten sind die ich will doch nur einen killen da hinten da hinten da hinten da hinten liegt hier heavy looter das nicht mehr normal die gegner sind doch beschissen als ich dachte ich sage für mich sind die krebs für dich was soll man dazu sagen kurz nach außen weg springen ja 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 Jetzt bin ich gespannt in deine Lobby auf das Finale, Alter. Da müssen wir maximal übertreiben. Scheiße, wir können einfach hier bleiben. Wenn die schon bei mir in den Lobby so übertreiben, was gibt denn bei dir? Wahrscheinlich siehst du die Schüsse nicht mehr kommen. Zachtach. Boah. Das Problem ist, ich habe ein Medaillon. Die sehen uns. Die wissen ungefähr wo wir sind. Das ist ein Problem. Schmeiß was mit der Lungen weg. Aber wir müssen auf Gegnersuche gehen. Ja. Das ist hier langsam langweilig. Das Auto ist kaputt. Das Auto ist kaputt. Das Auto ist kaputt. Okay. Alles gut. Ja, die sind hinter uns mit Auto. Die sind hinter uns. Da war Auto. Ja, da. Die kommt. Ja. Das Auto ist kaputt. Ganz alt, da. Ich schwitze. Und trotzdem treffe ich nicht. dann merkt man halt was so hart Lobby sind so hart boah ich seh das voll chillig irgendwie aus ob das nix wäre so ui alles gut ja man merkt sich wie er sich bewegt Dach Dach ist immer eine Bewegung er hat jetzt richtig auf dich abgesehen er kommt so 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 Das war's. Zwei Dinge alle. Ich hab zwei Medaillons. Das mach ich als Schwurter für. Ich hab sechs Medikets. Was ist das denn? Bro, das ist... heavy. So, ein Team. Erstmal gegen Minis umgetauscht. The best guys. Dein Dude liegt immer noch da wo du warst. Andreas. Wenn. Wenn. He coming. Waren du bist? Ich. I'm coming. So. But very good play. Äh. Ich stehe. Ich trau mich gar nicht die guten Waffen hier wegzunehmen. Ich trau mich. 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 Ja, ich trau mich. Oh. Fünfer tics! Oh du schießt nicht! Oh von da hinten! Oh du schießt! Oh du garbar! No! Oh, GGS, sehr guter Spieler, du bist, ich bin nicht... Danke, Leute, danke.